HALT DEIN MAUL, ALTER! Ich will keinen Kontakt mehr mit dir, Junge! Halt, das ist ernst! Ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream, Highlights, Reactions, Realtalk und sonstigen Kram. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall bei diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal an, meine Freunde. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ciao, Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe AlphaStein, den ich aber momentan gemütet habe, beziehungsweise ich bin gerade im Teamspeak gemütet. Denn, meine Freunde, ich habe vor, mich heute bei AlphaStein zu rächen. Bevor wir jetzt auf AlphaStein zu sprechen kommen, kommen wir erstmal ganz kurz zum Itemshop und dem Creator-Code Revinzeit, den ihr unbedingt nutzen sollt, meine Freunde, denn ihr könnt euch damit den Revinzeit-Skin kaufen. Den offiziellen Revinzeit-Skin. Ich meine, schaut mal, Leute, das sind doch eins zu eins die gleichen Haare, oder? Mit diesem Kauf unterstützt du sogar Revinzeit. Ist doch super! Richtig. Ihr erinnert euch vielleicht noch an dieses Video von AlphaStein, meine Freunde, wo AlphaStein mich den ganzen Tag quasi genervt und ignoriert hat und so weiter und so fort. Und diesmal drehen wir den Spieß ein bisschen um, meine Freunde. Ich werde jetzt ultra salzig die ganze Zeit gegenüber AlphaStein sein. Werde sämtliche Dinge, die ingame passieren, AlphaStein zusprechen, sagen, dass wenn ich genockt bin, dass er schuld gewesen ist, sagen, dass er schlecht im Fortnite ist und so weiter und so fort. Und ich werde richtig, richtig unfreundlich zu AlphaStein sein, ihn am Ende sogar vom TeamSpeak bannen, ihn danach noch ignorieren, meine Freunde, und dann mal schauen, was dabei passiert. Keine Ahnung, was abgeht. Und er hat mich gerade schon in die Gruppe eingeladen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ich lade ihn einfach mal ein hier. Und er hat gar keine Ahnung. Let's go, meine Freunde. Ich unmute mich und los geht's. So, move'n wir mal hier rein. Hallo! So, Bruder, stell mal du es ein, ganz kurz. Ja, komm, stell jetzt mal du es einfach ein. Ich bin so glücklich. Ja, okay, ich habe Ammoderation schon gemacht. Stell mal du es ein. Ich werde mit 2.000.000 oder so. Ja, schön, ist doch gut. Ja, Leute, schaut auf jeden Fall gerne mal bei AlphaStein vorbei, wenn ihr ihn abonnieren wollt, Alter, der empfiehlt nicht mehr viel bis zur Million. Dankeschön. So, AlphaStein, ich möchte, dass du heute extrem... Halt deine Fresse jetzt bitte einfach. Ich möchte, dass du... Junge, fang jetzt sich... Stein, fang jetzt sich bitte. Ich hatte heute einen echt super stressigen Tag. Fang jetzt sich an, von Anfang an, mich zu nerven. Halt da... Stein, ich meine es ernst, Digga, okay? Also, ich würde es feiern, wenn du heute mal richtig gut spielst, Stein. Ich habe den Leuten gerade schon erklärt, dass wir ein kleines Kill-Duell machen, wir beide. Wer quasi die meisten Kills macht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Wir fliegen zusammen nach Pleißenpark, Leute. Und werden da auf jeden Fall unser Kill-Duell starten. Und wie gesagt, Stein, ich hatte... Ich bin sehr gut. Halt deinen... Stein, lass dich jetzt mal bitte... Halt doch mal den Mund jetzt bitte, Mann. Lass dich mal ausreden, Mann. Hier gibt's Flugzeuge. Stein, halt die Fresse jetzt, Mann. Lass mich jetzt ausreden. Hier gibt's Flugzeug. Stein, ich schwöre dir. Ich habe ein Hervorwort. Stein, lass mich aussprechen, Digga. Oh mein Gott. Stein, ich schwöre... Ich rassle euch aus. Lass mich... Digga, ich kann die Aufnahme so nicht hochladen, Mann. Was soll denn das? Ist lustig. Ne, ist nicht lustig, Alter. Hör mir mal ganz kurz zu, Digga. Ich hatte heute einen saustressigen Tag, Digga. Es wäre echt korrekt, wenn du mir über zwei Minuten... Du bist so eine Mettgestalt, Digga. Ich hasse dich wirklich, Digga. Weißt du das? Ganz ehrlich, guck mal, ich könnte... Ich dich auch. Ist egal, egal. Lass uns jetzt unsere Aufnahme einfach machen, okay. Und gut ist, ja? Komm. Und f*** mich nicht ab, wirklich, Digga. Ich habe keinen... Guck mal, sonst lade ich das nicht hoch, Digga. Und du kriegst niemals deine ganzen ein Millionen Abonnenten oder was auch immer du willst, Alter, okay? Also überlegst du dir, Digga. Dein vor dir Gegner. Entschuldigung. Fertig für den Kick. Habe ich. Der Team ist krass. Hat ein Hit von mir bekommen schon? Ist down, Alter. Easy. Easy. Guck mal, wo die Leute sind schon. Ja, läuft super, Stein. Bist du schlecht. Halt dein Maul. Was, hä? Ich habe doch gerade ein Hit noch holt. Was willst du denn, Alter? Alles gut. Du bist ultra schlecht, Junge. Ja, ja. Deine Mutter im grünen Bereich. Vor uns pushen uns, Digga. Hallo. Vorsichtig. Stein, helfe mal, bitte. Hab ich. Sehr gut. Ich habe trainiert. Das sieht man auch. Ja, halt dein Maul. Das war Killsteam. Ist egal. Hä? Ich habe über 100 gegeben. Ja, Junge, halt dein Maul, Alter. Ganz ehrlich, Digga. Junge, Stein, f*** mich jetzt nicht ab. Ich lade das sonst nicht hoch. Und dann kannst du gucken, wie du deine Sch***-Millionen bekommst. Ist das klar? Nee, Digga, ich finde das nicht mehr witzig, Alter. Ich muss jetzt mal ehrlich... Okay, pass auf. Thomas, bitte schneid das raus. Du weißt Bescheid. Stein, ich schwöre dir, wenn du mich weiter so ab... Also, ich nehme keine Videos mehr mit dir auf, Digga. Du musst jetzt mal wirklich lernen, Digga, dass ich in meinen Videos einen gewissen Redeanteil gerne hätte. Und ich es überhaupt nicht lustig finde, wenn du die ganze Zeit so... Äh, äh, äh. Weil es ist nicht witzig, Digga, weißt du? Ja, jetzt lass dich reden, okay? Ja, entspann dich einfach mal, Junge. Das ist so unnötig, Alter. Ohne Witz. Was? Ja, was kann ich denn dafür, Digga? Es nervt einfach nur. Ja, was denn? Soll ich jetzt dafür Verständnis haben, oder was? Es ist mir egal, ob du glücklich bist. Hallo? Stein, ich schwöre es dir. F*** mich einfach nicht ab, okay? Ja, okay, 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 okay. Wolltest du beschossen? Stein, ich schwöre dir. Guck mal. Warum? Warum machst du das? Was, Digga? Das ist nicht witzig, Alphastein. Das findet keiner der Zuschauer. Findet das witzig, wenn du sowas machst. Okay, dann geh ich jetzt weg. Nee, entspann dich einfach mal. Komm mal runter und werd mal erwachsen, Digga. Wirklich jetzt. Ey, wenn du jetzt angepisst bist, Stein. Ich schwöre, ich lad das hier nicht hoch. Ich mein das ernst. Und ich will kill du einfach in Komp. Ja, Digga, dann klauen wir nicht noch einen Kill, Alter. Sonst raste ich aus. Ist das klar? Nee, du weißt, dass ich besser bin. Ich schwöre dir, Stein. Entweder du lässt mich gewinnen und ich lad das nicht hoch. Digga, willst du die Scheiße? Ey, guck mal. Du hast mir alles zu verdanken. Du bist so undankbar, Junge. Du bist so undankbar. Du weißt ja, ob ich dir schon Danke gesagt habe. Ja, schön. Dann zeig es auch wenigstens mal. Digga, ganz ehrlich. Eigentlich hätte ich echt bei dir mitverdienen müssen. Wirklich. Ich mein es ernst. Nee, ich finde es auch nicht witzig, Alter. Werden wir erwachsen ohne Witz, ey. Ja, okay. Dann komm. Wir gehen jetzt weiter pushen. Und lass mir die nächsten Gegner jetzt übrig. Ist das klar? Ja. Kannst du dir schön vorbereiten? Ja, nee. Nicht versuchen, sondern machen. Guck mal, wie sieht das aus, wenn ich nicht schieße wieder? Oh mein Gott. Alle Leute, du wirst doch eh, dass du super schlecht bist. Entspann dich doch jetzt einfach mal, Mann. Guck mal, wie viel ich jetzt schon rausschneiden muss. Egal, okay. Wir machen das einfach weiter. Okay, Leute. Halt deine Fresse jetzt. Lass mich doch jetzt einfach mal ausreden, Mann. Guck mal, das muss ich auch wieder rausschneiden, Mann. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist ein Gegner bei Alphastein, Leute. Hier ist ein Gegner bei Alphastein. Okay, ich habe einen von denen schon down. Ich sterbe. Habe ihn. Du killst dir, Junge. Was? Halt's Maul, killst du dir, Digga. Okay, Leute. Ich bin auf jeden Fall hier gerade am Führen gegen Alphastein. Das Kill-Do-Air läuft auf jeden Fall richtig, richtig nice. Bruder, guck mal, du ver... Wie viel hast du? Ich kann es nicht sehen. Ja, drei, Digga. Wie viel hast du? Zwei, ne? Ich habe zwei. Oh, Lappen. Ja, komm, let's go, Alter. Let's go, let's go, let's go. Ne, aber ehrlich jetzt, Stein. Wirklich, du musst mal ein bisschen an dir arbeiten, Alter. Teilweise bin ich... Also, ich finde es teilweise echt kranknervig. Okay? Ja, ich verstehe es. Gut, okay. Hier vorne sind... Okay. Warte, warte, warte. Ich mache wieder Video. Okay, Leute, hier vorne sind euer Gegner. Let's go, Stein. Hier vorne, hier vorne. Richtung Dänehaus, in welcher. Halt's zu dir, Digga. Hat den Hit von mir, 90er Hit. Oh, ich bin zu 40. Okay, lass ihn, lass ihn, lass ihn mir übrig, Bruder. Lass ihn mir übrig. Hab den Gegner down. Sag mal, okay, okay, okay. Lassen Sie den Nächsten pushen, lassen Sie den Nächsten pushen. Wo ist der? Jetzt weg. Abgehauen, abgehauen. Der muss hier irgendwo noch sein. Ich seh nix. Hab ihn. Ist down. Oh mein Gott, schön rasiert, Junge. Richtig schön rasiert. Okay, Leute, fünf Killz. Oh mein Gott, Alter. Ich nehme Alpha Stein gerade komplett auseinander, Alter. Ja, ich habe Glück im Leben. Ja, was für Glück, Digga. Ich bin ja der deutlich bessere Spieler von uns beiden. Ja, genau. Junge, Junge, Junge. Lappen, Alter. Ja, 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 komm. Okay, Stein. Ich glaube fast schon, das Kill-Duell geht auf jeden Fall hier auf meinen Nacken, würde ich sagen. Ja, komm, eins gegen eins. Ey, Junge, entspann dich jetzt mal bitte. Oh nein, komm, wir machen gleich. Alter Stein, ich schwöre es dir, ich meine es jetzt ernst, Alter. Ich habe keinen Bock, alles immer rauszuschneiden. Du schreist mir immer dazwischen, Mann. Das nervt mich so. Hey, du schreist mir voll dabei. Nee, das nervt mich richtig, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, mit dir aufzunehmen. Weißt du das? Bisschen verrückt. Nee, ich meine es ernst, Digga. Es nervt einfach nur noch. Du schreist immer dazwischen, Mann. Guck dir mal ein Video an, wie viel Thomas da rausschneiden muss, Junge. Das ist ultra stressig. Ja. Ja, was? Ja. Es wäre korrekt, wenn du dich wenigstens mal... Guck mal, das kommt jetzt alles nicht ins Video rein. Aber es wäre korrekt, wenn du dich wenigstens mal entschuldigen würdest oder sowas dafür. Weil ich finde das einfach nur nervig, Digga. Und du weißt doch selber, dass das stört. Nee, jetzt einfach mal privat zwischen uns beiden. Hä? Ja, was, hä? Ja. Entschuldigung. Da kommen zwei mit dem Driftboard. Einer hat einen 90er-Hit von mir bekommen. Der war uns richtig schlecht. Hab ich. Junge, guck mal, Digga. Wie soll ich das gewinnen? Ich habe mir überlebt. Ja, ist unnötig, Alter. Ich habe hier keinen. Flugzeug von der anderen Seite. Flugzeug, die haben beide 100er-Hit. Beide 100er-Hit. Okay, Stein, lass mir die. Lass mir die beiden. Okay, Leute, wir pushen jetzt gerade schnell die nächsten Gegner. Oh mein Gott, die sind richtig low. Die sind richtig low, die beiden. Lass mir die Kills übrig, Stein. Ich raste sonst aus, ne? Wirklich. Lol. Ich bin nicht mal auf den Teil draufgespritten. Stein, kannst du mich schnell hochziehen? Geht nicht. Doch, zieh mich hoch, doch schnell. Du hast nur die ganze Zeit. Guck mal. Stein! Stein, ich schwöre dir. Zieh mich hoch, schnell. Hier ist noch einer, du trottest. Egal. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Stein, bau, 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 bau. Okay, er hat einen Hit bei mir bekommen. 100er. Sehr low. Er wird mich finishen. Er wird mich finishen. Beeil dich. Oh mein Gott, du f***ing so, Stein. Ja, ich schwöre. Ja, ich kann es jetzt wieder nicht hochladen, Alter. Du Lappen. Junge, ganz ehrlich, Digga. Nee, komm. Neue Runde, raus. Geh raus. Ja, geh raus, Junge. Ich lade das so nicht hoch, Alter. Wir können noch eine Runde machen, Mann. Junge, das war so schlecht von dir gespielt, Mann. Geh raus jetzt, Mann. Stein, komm jetzt raus. Ich schwöre, die erste Mal hast du die Falle nicht angesagt, wo ich reingelaufen bin. Digga, du bist so ein schlechter Mitspieler. Komm jetzt da raus, Mann. Stein, Mann. Ich schwöre, ich lade das sonst nicht hoch, Digga. Du kannst auf deine 1.000.000 kannst du sch***en. Weißt du das? Ganz ehrlich, ich gehe jetzt einfach. Hallo. Was, hallo? Ich finde das nicht witzig. Mach dich bereit jetzt, Junge. Ich komme. Ja, mach dich ready, Mann. Ey, so affig, Alter. Wirklich. So, Leute. Anmoderation habe ich eben schon gemacht. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier in der Lobby drin. Und wir werden auf jeden Fall jetzt gemeinsam ein kleines Kill-Duell machen. Ich würde sagen, Stein, let's go, okay? Okay, Leute. Wir wollen auf jeden Fall heute gemeinsam gucken, wer der bessere Fortnite-Spieler von uns beiden ist. Ey, Stein, bitte. Wir wollen auf jeden Fall heute gucken, wer der bessere Fortnite-Spieler von uns beiden ist, Leute. Wir landen gemeinsam im Pleasant Park. Natürlich, ich wünsche uns. Ich schwöre dir, Alphastein. Digga, guck mal, ich muss es jedes Mal neu aufnehmen, Alter. Hallo, ich schaue dir rein. Was denn? Ist aber nicht witzig, Junge. Ich finde es nicht lustig, Mann. Du machst das jedes Mal, Alter. Das ist so unnötig, Mann. Ey, Junge. Guck mal, mit dir ein Video aufzunehmen dauert immer eine Stunde auf zwei. Weißt du, wie dumm das ist, Alter? Weißt du, wie viel Zeit ich verschwende nur wegen dir? Ja, was soll ich dir zu sagen? Ja, entspann dich einfach mal. Halt doch einfach mal dein Maul, wenn es angebracht ist. Das ist meine Kiste. Sind die überhaupt Gegner, Alphastein? Ja, willst du das gar nicht? Ey, Stein, guck mal. Du hast gesagt, ich soll weniger reden. Oh mein Gott, Junge. Du sollst mir antworten. Bist du dumm? Ey, ganz ehrlich, Alphastein, ich schwöre dir, ich glaube, ich nehme das hier nicht mal mehr als Gameplay, Alter. Weißt du, was? Ich versuche, wenn das rauskommt. Was? Wie das raus? Was soll das denn jetzt? Digga, du nervst mich gerade so sehr. Ich habe jetzt meine Ammoderation 20 Mal gemacht gefühlt wegen dir. Findest du das witzig? Nein. Digga, du machst das immer. Du machst das immer, Alter. Wir schneiden es einfach jetzt so zusammen, okay? Ja. Hier oben sind da Schildes, Stein. Möchtest du nehmen? Ja. Okay, nimm mit. Easy, Ehre, Ehre, Ehre. Hast du eine Shotgun für mich? Äh, hat sie eben eine, die ist jetzt weg. Warum hast du nicht angesagt? Ja, vielleicht hast du eine. Nee, habe ich halt nicht. Das ist ja auch egal. Nehmen wir hier unten die Schilde. Ach, komm, ich nehme die einfach. Stein, ganz ehrlich, Mann, ich bin gerade so schlecht gelaunt wegen dir. Ich weiß nicht, ob ich das hochladen kann. Ich meine es ernst. Ja, dann lass es neu machen. Ja, was neu machen? Der Neuanfang. Ja, wo? Der Neu-Runde. Nee, Digga, wir nehmen das jetzt weiter auf, Alter. Ich habe nicht so viel Zeit. Affig, ey. Mikrofon muted. Okay, Leute, ich habe ihn auf jeden Fall genug angeschrien. Ich glaube, jetzt der Zeitpunkt, wo ich einfach gar nicht mehr reden sollte. Okay, Leute, ich habe ihn auf jeden Fall richtig böse angemacht, Alter. Ich habe ihn richtig böse angemacht. Ey, guck mal, das meine ich halt. Alphastein ist so ein nerviger Mensch, ey. Baby! Okay, ich glaube, ich habe noch eine Idee, Leute. Okay, die ganze Zeit spiele, Leute. Er ist richtig abgefügt, er ist richtig abgefügt. Ey, hör mal bitte ganz auf hier mit der Musik, okay? Ja, ich soll gerissen mich. Es ist nötig. Es tut mir wirklich richtig leid für ihn. Ich will nicht, wenn er es in eurem Runde spielt, okay? Ja, komm, hier vorne sind Gegner. Ich muss noch ein bisschen mit ihm reden, Leute, weil das wird ja misstrauisch und rafft das zu schnell. Ich bin da und Stein, zieh mich hoch. Gegner, Gegner, Gegner. Ey. Ganz ehrlich, Stein, ich habe keinen Bock mehr, mit dir ein Video aufzunehmen. Weißt du das, Digga? Es kotzt mich... Nee, Digga, verpiss dich einfach, Alter. Verpiss dich einfach. Es ist einfach nur noch unnötig. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach nur noch dumm, Digga. Du kriegst jetzt hier einen Permaband. Ich nehme gar nichts mehr mit dir auf und ich werde das auch nicht hochladen, Digga. Du laberst mir dazwischen, dann stealst du mir die Kills, dann bist du ultra schlecht in dem Spiel. Keine Ahnung, Mann. Das macht einfach keinen Spaß, okay? Hä? Ja, verpiss dich jetzt, Alter. Ganz ehrlich, Mann. Mich nervt es einfach nur noch. Ich verpiss dich jetzt, Junge. Okay, Leute, ich habe Alphastein gerade vom Team-Suite gebannt. Also, ich habe das Soundpack leider ausgemacht, aber ihr könnt mir glauben. Alphastein. Junge, halt dein Maul, Alter. Ich will keinen Kontakt mehr mit dir, Junge. Habst du das ernst? Ja, ich habe dich jetzt von der scheiß Freundschaftliste gelöst. Ich habe keinen Bock mehr auf dich, Digga. Ohne Witz verpiss dich jetzt, Alter. Hau ab. Okay, Leute, wer macht jetzt genau so, wie Alphasteins gemacht hat. Ihr werdet jetzt im Folgenden auf jeden Fall noch sehen, ob er mir noch bei WhatsApp und so weiter schreibt. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Irgendwann später. Okay, Leute, er ist auf jeden Fall gerade bei WhatsApp online. Er hat mir noch nichts geschrieben. Ich würde sagen, meine Freunde, ich gebe euch jetzt hier im Nachgang einfach so, wie Alphasteins gemacht hat, die letzten Screenshots. Ja, was soll ich sagen? Schauen wir mal, was dabei rumgekommen ist. Alphastein. Jodie hat mir gesagt, ich muss es auflösen. Ich habe dich verarscht. So wie dumm ich letztens. Guck mal, schön was schnuppert. Dein Herz ist bestimmt... Tschüss. Schönen Abend dir. Frohe Karnewei. Ich würde sagen, meine Freunde, wir machen das Ganze wieder gut bei ihm. Lasst auf jeden Fall bei ihm jetzt ein Abo da. Helft Alphastein auf eine Million. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall meine Rache bekommen für die ganzen Nerven, die ich verloren habe bei dem Boy. Und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr diesen Video einen Daumen nach oben da lasst. Und wie gesagt, zappt bei Alphastein rein, meine Freunde. Der hat es echt verdient. Gebt in die Mio. Ich bin damit raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, tschu.